Ich bin der kleine Hampelmann, der Arm und Bein bewegen kann. Mal links, mal rechts, mal auf, mal ab und manchmal auch klippklapp. Man hängt mich einfach an die Wand und zieht an einem langen Band. Mal links, mal rechts, mal auf, mal ab und manchmal auch klippklapp. Ich mache stets ein Frohgesicht, das Lachen, das vergeht mir nicht. Mal links, mal rechts, mal auf, mal ab und manchmal auch klippklapp. Mein Kopf, der ist so müh und schwer, von vielen Hampeln hin und her. Mal links, mal rechts, mal auf, mal ab und manchmal auch klippklapp. Und kommt für mich die Schlafenszeit, dann bin ich armer Mann bereit. Mal links, mal rechts, mal auf, mal ab und manchmal auch klippklapp. Zum, 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 Bienchen zum herum. Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklappt. Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss.